Zum 18. Mai senkt Chinas Zentralbank den Mindestreservesatz für Geschäftsbanken. Liquidität soll so gesteigert und wirtschaftliches Wachstum stimuliert werden. Doch Experten warnen, Chinas wirtschaftliche Probleme seien nicht nur ein Problem der Währung. Chinas Zentralbank verkündete am Samstag, dass die Mindestreserve der Geschäftsbanken um 0,5 Prozentpunkte gesenkt wird, mit Wirkung 18. Mai. Erst im Februar hatte es Senkungen um denselben Prozentsatz gegeben. Damit ist der Reserveanteil, den Chinas Banken zurückhalten müssen, auf 20 Prozent gesunken. Als Grund gilt die Wirtschaftslage. Vergleiche zum letzten Jahr und der allgemeine Trend zeigen, Chinas Wirtschaft hat an Fahrt stark verloren. Das gilt für Produktion, Investition, Kreditvergabe, Importe und Exporte. Ganz anders als erwartet. Die Absenkung der Mindestreserven soll die Liquidität und die Wirtschaft ankurbeln. Doch NTD-China-Analyst Jason Ma meint, Chinas Wirtschaftsprobleme lassen sich so nicht in den Griff bekommen. Chinas Problem ist nicht ein Geldproblem. Die Probleme liegen vielmehr in der Produktionsstruktur der fehlenden Nachfrage aus dem Inland und der inflationsangetriebenen sozialen Instabilität. Deshalb ist der Beschluss der Zentralbank eher das Senden eines Signals, als das tatsächliche Ergebnis erzielt werden sollen. Wirtschaftswissenschaftler Mao Yixi meint, die chinesische Wirtschaft werde von einem anderen Problem geplagt. Das grundsätzliche Problem von Chinas Wirtschaft ist die Monopolstellung des Staates. Gewöhnlichen Leuten den Zugang zum Markt zu verweigern, hat die Produktivität außerordentlich reduziert. Chinas Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 2011 ist weniger als ein Fünftel des BIP der USA. Um aufzuholen, hat China ein riesiges Potenzial, aber die Monopolstellung muss geändert werden, zum freien Wettbewerb. Mao Yixi fügt hinzu, die Wachstumsraten zu heben, ohne Kapital zur Verfügung zu stellen, werde zur Inflation führen. Eine Balance zwischen Wachstum und Inflation werde nur dann erreicht, wenn die Monopolstellung des Finanzsektors beendet würde.